Diese hier angebotene 3,5 Zimmer Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf, Flingern Nord. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon sowie einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagen heizt und beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 115 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1990 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020